Liebes Eishockey-Nationalteam! Im österreichischen Marathon live von mir, das war ZM Team Austria. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Vorbereitungsspiele und für die AWM in Grazislava. Gebt euer Bestes! Gebt es eurer Beste! Gebt euer Bestes! Gebt euer Bestes! Gebt euer Bestes! Greift nach den Sternen! Dr. Vielen Dank.